Man sollte es kaum glauben, ich bin schon wieder da. Es geht unter der Sparkasse weiter. Juhu, hätte ich ja gar nicht gedacht. Moment, ich habe die ersten Böhne schon gehört. Irgendwie die Leute singen. Und hier wird der Weile weiter gefegt. Die Bühne wird entwässert. Ja, na los jetzt. Jetzt spielt aber auch. Wenn er schon anfängt. Genau. Ja, das ist ja ein Ding. Häää, cool! Das erinnert mich ein bisschen an das lieben. Die Wohnungen unter der Treppe. Da gibt es ja die Wohnungen, die sind unter der Treppe. Genau so kommt mir das jetzt auch vor. Die spielen unter der Treppe. Aber gute Idee. Schön. Da ist natürlich das Publikum da. Der Platz ist wie leer gefegt. Im Café sitzen die Unerschrockenen draußen. Starbucks Café, gerade drüber. Ja. Und hier unten, rum der Bär. Ja, ist ja schön. Juhu! Na! Ja, wappst du ja. Okay. Also das macht ja ganz subjektive Meinung, ne? Ich muss jetzt hier etwas schön finden, aber ich muss das. Ja. Ja. Schön. Ich muss mich direkt anziehen und runtergehen. Ich muss mir direkt dazu näher. Ja. Ich bin aber in der Trainingszone im Moment. Ich hab gedacht, ich hab los. Ich hab's schon glatt, von dem die wissen, dass die sich unter die Sparkasse befinden. Na. In der Zwischenzeit wird die Bühne irgendwie zurecht gemacht. Ein bisschen... Ja, die kehrt immer noch. Die kehrt immer noch so aus auf unsere Bühne, mein Gott. Ja. Die anderen bringen die Sicherheit. Die Technik die Sicherheit. Hier. Ja. Eins haben wir verlassen. Zwei hartnäckige. Eine mit dem Schirm, einer mit der Jacke zu. Abgedeckt. Wollen die nicht auch da rüber gehen. Das ist nicht wahr. Ja. Jooo. Uuuu. He 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 Jo Hab ich schon seinfallen lassen. Finde ich ja echt stark. Die Kuppel ist gut Ja gut, das ist der Stammstag. Ich sparte nicht zu. Das wären die Sessel voller hoch. Finde ich ja lauter Streck, wenn ich nur dich unter der Treppe losgehe. Jo